Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Degusta Box Unboxing für dich. Und zwar ist die Degusta Box von März 2019 eingetroffen. Ich habe Hunger, will nicht lange quatschen, hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja und damit ich dir die Degusta Box jeden Monat zeigen kann, bekomme ich die gratis zugeschickt und kann jeden Monat an einen von euch eine Degusta Box verlosen. Alle Infos dazu findest du unten in der Infobox drin. Schau einfach mal rein, die gehen immer relativ zügig bei mir. Also Degusta Box Verlosungen gehen immer ungefähr eine Woche, also sei schnell. Und ja, ansonsten zeige ich dir mal was drin ist. Genau, die Degusta Box kann man abonnieren, dann bekommt man die wirklich automatisch jeden Monat zugeschickt. Das habe ich vorher auch gehabt. Und mit dem Code, den du unten in der Infobox findest, kriegst du die sogar noch ein bisschen günstiger. Das ist dann quasi fast zum halben Preis. Das ist ziemlich cool. Und ja, dann kannst du die auch mal testen. Wir haben diesen Monat das Motto Osterbrunch. Ich sehe auf dem Kärtchen auch immer, was schon drin ist und kann dir dann auch immer hier die Preise dazu einblenden, weil sie hier immer mit draufstehen. Das ist total super. Du hast hier auch immer so Informationen zu den Produkten draufstehen. Dann hast du ein paar Rezepte zu den Produkten, die halt mit drin sind, was man damit so anstellen kann. Und ja, da springen mich schon zwei Produkte an, wo ich schon richtig Bock drauf habe. Los geht's. Achso, und dann ist hier noch so ein Heftchen drin zu Degusa Backteig Original. 1, 2, 3 Fingerfoodrezepte. Sehr cool. Als erstes habe ich hier, und das finde ich sehr gut, denn wir wollen gleich einkaufen fahren, und ich habe Marmelade aufgeschrieben von Centis. Eine Marmelade mit 50% weniger Zucker. Feinste Früchte in der Geschmacksrichtung, ich wollte schon Geruchsrichtung sagen, Erdbeere. Finde ich so lala. Ich bin nicht so der Erdbeer-Fan, aber Erdbeere geht eigentlich immer bei jedem, sage ich mal. Deswegen ist es gut, dass es in der Box mit drin ist. Ich bin eher so der Kirsch-Marmeladen-Typ. So, aber du hast eigentlich in den Boxen meistens Erdbeermarmelade drin. Finde ich aber cool und die probiere ich doch einfach mal. Ich bin auch schon bewaffnet, ich habe hier schon ein bisschen was stehen. Und dann probieren wir mal ein bisschen Marmelade. Okay, du hast hier Stückchen drin. Finde ich gut. Ich mag Stückchen in der Marmelade, mag aber nicht jeder. Und das ist ja Osterfrühstück und Marmelade ist Frühstück, ne? Also du schmeckst nicht, dass da weniger Zucker drin ist. Die schmeckt sehr, sehr gut, sehr fruchtig und echt lecker. Kann daran liegen, dass ich Hunger habe. Ich drehe diese Videos auch immer, wenn ich enorm Hunger habe. Also, ja, verfälscht das Ergebnis vielleicht ein bisschen, aber ne? Dann habe ich auf jeden Fall Hunger und kann das alles essen. Aber cool, dass es drin ist, dann muss ich es gleich nicht kaufen. Sehr geil. Dann habe ich hier jetzt aber was drin, was ich leider nicht so gerne mag. Das ist von Be Happy Bio Gewürztee mit Zitrone, Zimt, Ingwer und schwarzem Pfeffer. Der ist mir zu scharf. Den hatte ich schon mal in der Box drin, den mochte ich echt nicht so gerne. Und deswegen wird der auf jeden Fall weiter wandern. Den werde ich jetzt auch nicht öffnen und probieren, weil dann sage ich einfach nur, ich weiß, dass er nicht schmeckt und er schmeckt immer noch nicht. Das macht keinen Sinn. So, hier ist dann etwas drin, was hier vorne auch schon abgebildet war. Und zwar Kitzinger Backkönig ist das. Der ist jetzt leider ein bisschen, seht ihr das? Da ist leider ein Ditscher drin. Da ist irgendwas kaputt gegangen, leider. Hm, das ist ein bisschen schade. In Wer Zuckercreme. Aha, da bin ich ja sehr gespannt. Also hier steht, man kann da zum Beispiel feinen Apfelkuchen mitmachen. Das finde ich ja geil. Dann nimmst du 200 Gramm von dem hier. Also quasi fast die Hälfte. All to belly, das ist aber ganz schön viel. Und das mischt man dann quasi in den Kuchen mit rein. So, dann gucken wir mal. Also so sieht das aus. Ich weiß nicht, ob das so aussehen muss oder ob das cremiger sein muss, weil das ist jetzt wirklich enorm hart. Moment, oh, hier steht auch ein Rezept drauf für Rühr- oder Marmorkuchen. Das ist auch interessant. Kitzinger Backkönig ist für alle beim Backen, besonders in der Weihnachtsbäckerei. Okay, das ist jetzt die Osterbox. Eine wertvolle Hilfe und unentbehrlich. Dabei preiswert und von stets gleichbleibender Qualität. Mhm. Okay, hier steht auch, dass man das verflüssigen soll. Also ist das wahrscheinlich die ganz normale Konsistenz. Kitzinger Backkönig ist eine streichfähige bei ca. 22 Grad Invertzuckercreme vielseitig verwendbar. Zum Beispiel als Brotaufstrich für Milch- und Mehlspeisen zum Bestreichen von Grillfleisch und Würstchen. Okay. Im umweltfreundlichen Becher. Der hohe Invertzuckeranteil, bestehend aus Trauben- und Fruchtzucker, verhindert ein schnelles Austrocknen in Gebäck und anderen Teigwaren. Mensch. Und das kommt von Kitzing am Main. Schmeckt köstlich als Brotaufstrich im Mixgetränk, in Kuchen, Gebäck und Süßspeisen. Ja, ich habe mir das jetzt erstmal selber auch so ein bisschen laut mal durchgelesen, weil ich das gar nicht kenne. Und jetzt gehe ich hier mal mit dem Löffel rein. Das ist so ein bisschen von der Konsistenz her wie ein Zuckerpeeling. Das ist total witzig. Okay. Also hier unten drunter wird es auch cremiger. Also ein bisschen flüssiger, ne? Ja, da unten drunter ist es schöner. Ich glaube, obendrauf ist es ein bisschen angetrocknet. Ich probiere es mal. Zucker pur, ne? Läuft bei mir. Das schmeckt nach Honig. Aber es schmeckt gut. Mhm. Hm. Gut, eigentlich ist es jetzt ja auch nichts, was man unbedingt pur essen sollte, sondern dann in irgendwelche Sachen mit reinmischen soll. Aber ich kann mir das ehrlich gesagt gut vorstellen, das auf ein Brot zu schmieren, weil ich auch gerne damals bei Oma bekommen habe, ein Brot, also einfach eine Stulle, dick Butter drauf, so Minimum, nein, also schon derbe Butter, ne? Und dann darüber so Zucker. Oh, Zuckerbrot, so geil. Also das kann ich mir wirklich gut vorstellen, aber dafür ist es echt riesig, ne? Aber was das mit Frühstück zu tun hat, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Hier haben wir etwas Dinkel Toastbrötchen. Das finde ich auch super. Toasties, die kann man sich auch super toll geil belegen mit geilem Kram. Ja, genau. Da kann man einen guten Aufstrich drauf machen, aber die muss man halt vorher toasten. Und die sind dann halt mit Dinkel. Das ist von Harry. Und, jo. Die hatten wir schon mal als nicht Dinkel, sondern normal Weizentoasties. Und die fand ich bislang immer ganz lecker. Da kannst du gut was mit machen. Das ist auf jeden Fall praktisch. Da sind vier Stück drin. Und, jo. Die werden wir dann heute Abend essen oder zum Frühstück. Ich weiß es nicht. Weil hier ja auch irgendwas mit frittiert stand, ne? Mal gucken. Hier habe ich diesen Dekusa Backteig, von dem die eben gesprochen haben. Der gibt eine goldene Kruste. Okay. Das ist wirklich so ein Pulver. Schon vorgemischt, ne? Und ich weiß nicht. Zubereitung. Erhitzen Sie das Öl in einer tiefen Pfanne, mindestens 5 cm tief, bis maximal 175 Grad. Stecken Sie das zu backende Produkt in den Teig hinein. Kurz abtropfen lassen. Und dann in die Pfanne legen. Also schon direkt rein. Ist das natürlich interessant. Da muss man nichts zugeben. Goldbraun backen. Auf Küchenpapier abtropfen lassen. Sofort servieren. Okay. Das finde ich cool. Das finde ich wirklich cool. Da kann man sich wirklich mal was Schönes machen, ne? Brauchst du... Ich meine, so ein Backteig ist eigentlich relativ schnell gemacht. Ähm, ja. Hier hast du nämlich drin Weizenmehl, Kartoffelstärke, Reismehl, Salz, Backtriebmittel, I500, Dextrose, Maisgrießtrennmittel, ist die Kieselsäure und es enthält Gluten, Laktose und Milch. Ja klar. Ne? Macht Sinn. Ja. Interessantes Produkt. Müssen wir tatsächlich mal probieren. 1, 2, 3 Fingerfood. Unerwarteter Besuch. Gemütlicher Abend mit Freunden. Jederzeit von Herzen willkommen. Mit Dikusa Backteig in Hand umdrehen etwas Leckeres auf den Tisch. Egal ob Käse, Geflügel, Gemüse, Fisch oder Obst. Alles kann je nach Geschmack mit Dikusa Backteig Varianten in ein herrlich leckeres Gericht verwandelt werden. Also einfach den Kühlschrank aufmachen, alles was du drin findest, da reintippen in eine Pfanne und fertig. Auch irgendwie witzig, oder? Für welchen Geschmack sie sich entscheiden, Bierteig, Asia oder Original Dikusa Backteig gelingt immer und jedem ohne Stunden in der Küche zu verbringen. Aha. Ja, aber ansonsten hört sich das ganz interessant an. Und zusammen mit dem Rezepteheft kann man da glaube ich gut was draus zaubern. Hier habe ich etwas, das hätte ich eigentlich besser letzte Woche mit drin gehabt. Weil, also letzte Woche hätte ich dann schon die Dikusa Box gekauft, weil ich mir neues Müsli gekauft habe. Das ist Verival Tiroler Bio Frühstück. Bio Honig Crunchy. Honey Crunchy. Handgefertigt, plant made in Tirol. So sieht das aus und das sieht lecker aus. Da noch ein paar Früchte rein. Oh, Milch dazu und dann läuft das. Knusprige Crunchy Cluster aus Hafer und Reis Krispies. Mit Honig gesüßt und in aufwendiger Handarbeit mit Sonnenblumenöl in Tirol gebacken und hergestellt. Keksig, im Biss und voll von Bio. Guten Morgen. Yay. Am besten mit frischen Früchten, Milch, Joghurt oder Topfen. Was ist Topfen? Wer von euch weiß, was Topfen ist? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Oder ganz einfach pur zwischendurch zum Naschen. Okay, pur zwischendurch zum Naschen finde ich gut. Probiere ich. Ja, von innen halt ist es Pappe und dann hast du hier zum rausziehen, wie das halt oft bei Müsli ist, weil sonst bleibt es halt nicht wirklich frisch, ne? Eine Plastikverpackung. So. Und dann hast du hier die einzelnen Crunchies. Na, probieren wir mal einen. Jo. Mh. Das schmeckt gut, aber sehr dezent. Also da fehlt noch einiges, finde ich, ne? Also um da wirklich einen Derbengeschmack dran zu bringen. Das schmeckt halt sehr natürlich alles. Jo. Also hätte ich mir jetzt so nicht gekauft vom Geschmack her, aber jetzt habe ich es und jetzt werde ich es essen. Zum Nachspülen habe ich von Valensina einen Tropical Frühstückssaft mit Mango und Guavenmark. Hm. Das gefällt mir. Das finde ich gut. Ich mag die Säfte von Valensina gerne. Die kaufen wir uns tatsächlich auch öfters mal. Ja, also es ist halt etwas dicker als so normaler Saft, würde ich mal so sagen. Riecht sehr, 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 sehr angenehm nach Mango. Prost. Oh, das schmeckt aber lecker. Mh. Mh. Der ist richtig gut. Der gefällt mir. Lecker. Und als nächstes habe ich hier von Lace ein Mix Nacho Cheese. Richtig geil. Die Bugles oder Buggles oder wie auch immer, die kenne ich. Die kann man sich so auf die Finger machen und dann wie eine Hexe. Äh, ja. Und dann die Grits und die Shills. Also die beiden, die kenne ich jetzt nicht, aber die Bugles, die kenne ich. Und ich denke, dass die ja alle gleich schmecken werden, aber nur anders halt, ne, aussehen. Und mit Käsegeschmack richtig geil. Und die werden jetzt geöffnet. Ja. So sehen die aus. Und ich hole euch mal von jedem einen raus. Und so sehen die drei aus. Jo. Ne? Nichts Spektakuläres. Aber wir probieren mal, ob die alle gleich schmecken. Mega lecker. Aber die haben natürlich alle irgendwie gleich geschmeckt, ne? Ja, hier steht auch drauf. Wobei, die Grits und die Bugles, ne, die Grits und die Shells sind Kartoffelsnack mit Käsegeschmack. Und die Bugles sind MySnack mit Käsegeschmack. Ja gut. Schaut euch die mal an. Die sind richtig, richtig lecker. Die sind nicht so intensiv im Geschmack nach Käse. Aber du kannst es unheimlich super, super, super in so Frischkäse oder so reindippen. Oh no. Ich kann es euch nur empfehlen. Und es geht immer weiter mit dem leckeren Kram. Oh, richtig. Ich liebe süße Sachen, Leute. Echt. Also mit süß kriegt man mich. Mit salzig kriegt man mich auch. Süß und salzig zusammen. Ein Traum. So. Jetzt habe ich als nächstes von Loka Kakao & Milk mit Kakao in der Waffel und hochwertiger Milch. Jo. So sehen die aus. Die kenne ich noch gar nicht. Ohne Farbstoffe, ohne Zusatz von Aromen. Auch das finde ich positiv. Natürlicher Genuss aus Südtirol. Mensch, das ist alles gerade sehr, sehr einheimische Produkte. Das finde ich auch cool. Es fühlt sich so an, als sehr, sehr leicht. Es wäre, als wäre es auch wirklich so mannermäßig. Jo. Hier sind die einzelnen Stücke drin. Dann nehme ich mir mal eins raus. Etwas krümmelig sieht das aus. Genau. So sieht dann eine Waffel aus. Und die probieren wir noch mal. Jo. Das schmeckt wohl ganz gut. Das schmeckt so ein bisschen wie Knoppers. Nur, dass dann die Schokolade außen drum fehlt. Kann man gut zwischendurch mal snacken. Man hat aber dann leider die ganze Schokolade zwischen den Zähnensitzen. Beziehungsweise diese Waffelstückchen. Kann man sich aber auf jeden Fall mal anschauen. Also, ich kann mir das gut vorstellen, auch mal einfach im Büro das so hinzustellen. Ich denke, dass es einige gibt, die das auch mal probieren werden. Und es ist lecker. Es ist sehr sanft im Geschmack. Also, das ist nicht sehr intensiv. Das ist nicht zu süß. Das finde ich auch cool. Und diese Milchcreme da drin macht das Ganze wirklich nicht ganz so furztrocken im Mund. Also, das gefällt mir wirklich gut. Von daher, ja, coole Teile. Da wäre ich normalerweise dran vorbeigelaufen. Aber so finde ich die echt lecker. Doch, das... Was macht sie denn da? Ja, ich finde es lecker. Wir sind leider schon beim letzten Produkt angelangt. Von Werters Original. Soft Eclair. Weiche Toffees mit Schokocreme-Fröhlung. Ja. Probieren wir die mal. So sehen die kleinen Schätze dann eingepackt aus. Und dann packen wir es mal aus. So, dann beiße ich das jetzt mal eben auf. Und dann gucken wir uns das von innen an. So sieht das von innen aus. Also, ich komme mal noch etwas näher. Du hast da wirklich so eine richtige Schokofüllung. Das ist wie ganz normale Schokolade. Also, das ist nicht irgendwie noch Toffee-mäßig, sondern so richtig Vollmilchschokolade. Ist lecker. Aber sehr süß. Wirklich lecker. Du hast es aber nur zwischen den ganzen Zähnen kleben. Also, dessen musst du dir bewusst sein. Ansonsten sind das sehr, sehr leckere Teile, muss ich wirklich sagen. Ich mag gerne Werters Original. Also, Werters Original Bonbons. Die harten zum Lutschen halt entsprechend. Ich mochte auch diese Soft Karamell. Gab es, glaube ich, auch von denen. Das mochte ich auch gerne. Ich fand aber auch das schon ziemlich klebrig. Und die hier, das Karamell außen drum zu, hätten die ein bisschen mehr Toffee-mäßiger machen können, dass du es nicht so klebrig halt hast. Das gibt es ja auch von anderen Marken, die das dann ein bisschen, ja, fast mehlig gestalten. Ja, das hört sich jetzt auch blöd an. Aber das ist halt nicht zwischen den Zähnen klebt. Weiß nicht. Weißt du, was ich meine? Ich kann es gerade ganz schwer beschreiben. Ansonsten finde ich das super, super lecker. Weil du einfach auch mal was anderes hast. Du hast dieses Karamell und dazu dann noch so ein bisschen von dieser Schokoladenfüllung. Und das ist richtig lecker. Ja, muss ich sagen. Fand ich, finde ich super lecker. Das war jetzt auch schon tatsächlich die komplette Degusta-Box. Ich will mehr. Ich will immer mehr probieren. Irgendwie fehlt mir das. Anfangs konnte ich irgendwie mehr probieren. Und jetzt sind es halt sehr viele Snacks. Aber das ist halt nicht so, weißt du, so im Winter oder im Herbst war das, glaube ich. Da hatte ich dann auch richtig so diese Softbröt und sowas. So, weiß ich nicht. Irgendwas, was dann auch so ein bisschen satt gemacht hat. Das fehlte mir irgendwie so ein bisschen. Deswegen, also an und für sich mag ich die Degusta-Box. Und ich mag auch die Produkte, die jetzt tatsächlich drin waren. Also die haben mir wirklich super geschmeckt. Da ist nichts dabei, wo ich sage, ich, also mochte ich wirklich alles gerne. Ob ich alles verwenden werde, auch so diesen Wertzucker und so, muss ich wirklich mal schauen. Weil das ist gar nicht so einfach, da mal eine Verwendung zu viel zu finden. Den Bierteig finde ich, oder den Backteig finde ich richtig cool. Ist eine coole Sache. Da kannst du dann einfach deine Sachen reindippen, ab in eine Pfanne, beziehungsweise in so eine mit so viel Öl befüllte Pfanne. Und dann hast du dein Yum. Ist schon cool. Ich blende hier aber mal den kompletten Wert der Produkte ein. Ich bin wirklich gespannt. Ich würde ihn so auf 25 Euro schätzen. Ganz grob. Grob. Ich würde meine Schätzungen machen. Passt der Inhalt zum Motto? Das ist wirklich eine gute Frage. Ich persönlich würde sagen, jein. Also Osterbrunch teilweise. Ja, auch die Wetter das Original passen zum Thema Ostern, weil du ja drin eine Füllung hast, die versteckt ist. Und Ostern versteckt man Eier. Aber es war nichts mit Eiern dabei. Also selbst wenn das irgendwie so gewesen wäre, dass man einfach mit einer Packung gefärbte Eier, schon gekochte Eier mit reingepackt hätte. Das wäre für mich tatsächlich mehr österlich gewesen. Habe ich ein bisschen vermisst. Ansonsten, du hast eine Mamelade, du hast diese Dinkel Toasties. Da kannst du dir auch ein schönes Frühstück mit machen. Ja, einen schönen Frühstückssaft. Also im Prinzip, ja, ist es so. Aber irgendwie waren dann doch ein bisschen viele snackige Produkte mit dabei. Naja, aber trotzdem. Die Produkte an sich haben mir gefallen. Aber zum Thema passend eher so lala. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Okay, ich verlinke dir, nachdem ich mein Kleid hier mal runtergezogen habe. Mensch, furchtbar. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 . Ciao. Ciao.